Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele am heutigen Tag, zusammen mit Maudado für Japan. Hallo. Jumbo Let's Play für die Schweiz. Hallo. Und Zombie für Griechenland. Hola. Und Paleto, starte die Olympischen Freedom Squad Spiele. Let's go. So, meine Damen und Herren, ich gehe nach links. Mann. Ich habe mich ein bisschen verändert. Oh, du siehst schick aus, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass du erst nach rechts gegangen bist. Das war ja nur ein Witz. Ja, ja. Leute, jetzt gibt es Judo. Habt ihr das in eurer Kindheit mal gemacht? So eine Judo-Rolle, Alter. Ich habe gerade gemacht. So einen schwarzen Gürtel. Ich habe auch gerade gemacht. Aber beim Judo gab es auch schwarzen Gürtel, oder? Das sind ja alle so aggressiv. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe hauptsächlich Fußball gespielt und dann später irgendwann kurz Zeit Badminton. Oh, Badminton, das ist cool. Und ein bisschen Tennis. Ah, da sind wir schon im Stadion. Die Menge tobt. Erste Runde. Da spielt doch jemand Tennis. Irgendjemand spielt im Hintergrund Tennis. Nee, das sind Judo-Geräusche. Die bereiten uns vor. Wenn man jemanden K.O. schlägt, dann macht man das Geräusch. Ja, ich glaube, bei Judo kann man niemanden kaputt schlagen, oder? Glaubst du? Ich schlage überall jeden kaputt. Wie man spielt. Oh, da. Drücke A um den A. Ja, er muss den Kragen. Ich nehme mich am Kragen. Oh, ich habe es weggedrückt. Wie geht es? Oh, ich habe es auch weggedrückt. Drücke A. Ja, okay. Wenn wir es alle weggedrückt haben, dann lass uns einfach Judo. Judo, hast du schon geguckt? Nee, ich habe nur A. Mit A kann man grabben. Maudado, hast du geguckt? Soll ich gucken? Nee, 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 dann machen wir einfach A. Also ich habe auch nur mit an Kragen packen und so weiter. Mit A. Dann machen wir einfach... Ja, ich war jetzt auf der ersten Seite. A und B sind für zwei verschiedene Grab-Taktiken. Mit A greift man am Kragen, mit B am Arm. Ah, okay. Sehr gut. Weiter habe ich auch nicht geguckt. Oh. Oh, ja. Irgendwie stechen zwei Leute hier ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Kann ich jetzt eure Freunde zerstören? Wir stehen ja voreinander. Man hätte bestimmt seinen Teammitglieder auch einstellen können. Wieso haben wir denn Teammitglieder? Keine Ahnung. Ich bin doch nicht der Opfer. Warum sieht mein Schweizer Kollege so komisch aus mit seinem Bart? Komm mal her, Manu. Jetzt gibt es aufs Maul. Oh, ja. Ach so. Erstmal die MPI. Palut 02. Was? Bin ich das? Dich grab ich. Oh, mein Gott. Wie geil. Okay, komm mal. A-Spam. Bam. Nee, du nicht. Was willst du denn jetzt? Konto. A-Spam. A-Spam. Oh, ja. Bam. Machst du fertig. Zitt rein. Spuck rein. Warte mal. Bauer. Nein. Niemals. Oh, Gott. Niemals wirst du mich besiegen. Und jetzt Spam. Spam. Du machst du fertig. Ah, das war super. Oh, cool. Shigori. Bin ich das? Bin ich das? Oh, Mann, das hat sich nicht mehr wehnt. Ach so. Boom. Boom. Wie voll. Oh. Aha. Ich verstehe. 1-0. Sag mal. Was ist denn da los? Ah, Mini-Paluten. Machst du da eine kleine Snack-Pause oder was? Du hast aber ein geiles Handtuch. Ist das? Ist das einfach das aus der Sommerbox? Oh, guck doch das jetzt mal an. Hi. Jetzt will ich aber mal gucken, was der sich da geiles gönnt. Oh, ja. Sieht so aus, als wäre er auf der Brotdose eingeschlafen. Boah, ich könnte mir tatsächlich mal, wie man vielleicht erkennen kann, regnet das die ganze Zeit. Oh, damit ich keinen Schnuppen bekomme. Weil es ist schön, einmal die Haare trocken rubbeln. Ach so, stimmt. Ich wollte ja gucken, was der vorhanden hat. Was hat Mini-Paluten da in seiner Brotdose? Oh, sag mal. Du lebst wieder wie ein König. Leute, ihr wisst Bescheid. Wie ein bedeutender Philosoph mal gesagt hat, das Haus zahlt ihr nicht von allein. Falls ihr die Sommerbox haben wollt, da ist dieses wunderbare Handtuch mit am Start. Und noch vieles mehr kann man jetzt vorbestellen. Und dann wird ab dem 23. ausgeliefert. Und ab dem 23. ist auch Mini-Paluten wieder verfügbar. Kann man sich jetzt auch noch vorbestellen. Autogrammkarten sind natürlich am Start. Mini-Paluten. Ich gehe jetzt auch mal vor. So, Leute. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Und dann kommt der Star der Stunde mit seiner neuen Frisur. Also, ich habe jetzt wirklich gegen Maudano gekämpft? Ja, anscheinend. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich auch nicht. Doch, jetzt bin ich dran. Okay, Manuel, enttäusch mich nicht. Mein E-Porn. Okay, komm her, Zomei. Komm her, willst du zum Rand, hä, willst du? Willst du? Das ist der Standard-Trick. Oh nein, ich fand es der Gerrera. Na, komm du doch her. Oh, Gott. Uh. Mengel, du verlierst viel Ausdauer. Oh, der hat den Alter. Er hat sich aufs Kreuz gelegt. Was? Junge. Das war's. Oh Gott. Oh Gott, Mengel. Oh mein Gott. Was machst du? Ich bin so gut da drin eigentlich. Er hat keine Ausdauer mehr. Das war's. Ach, der ist so. Neee, hee, hee, hee. So. Oh. Okay. Vielen Dank für diesen Kampf. Wie ein nettes Match. Darf ich dich wieder gegen Verluten? Ja, aber mit euren Charakteren. Hey, Zomei, was hast du denn gerade bei A gemacht? Okay, mein richtiger Charakter. Gedrückt gehalten oder was? Ne, ja. Oh Gott. Oh, das war war's. Man muss in diesen roten oder blauen Weichen drin sein. Keine Laute reinzuspricklich zu machen. Ah, nein! Ja! Oh nein! Oh nein! Mist. Was ist die Feuerleiste da unten? Weil die Ausdauer. Ah, du kannst einen Specialangriff machen. Schultertasten, Schultertasten. Ja, das geht. Kann ich nicht, kann ich nicht! Ergibt mir! Ah, nein, der E-Porn! 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 Was ein Sieg. Oh, jetzt haben wir jetzt ziemlich einen anderen Körper, oder? Du musst jetzt, du musst alles... Das ist zum Base. Oder ich? Was? Ah, verdammt. Ne, das bin ich nicht. Ne, das bin ich nicht. Okay, okay. Mach deinen Special Attack. Ja, wer grab, der zieht dem anderen Ausdauer ab. Ja, ja. Sieht so höhere. Aber warum verliere ich das? Du musst aufpassen, weil du hast keine Ausdauer mehr. Mach deinen Special-Ding. Alter, er hat dich am Kragen. Ach so, ich hab keine Ausdauer mehr. Der Uchigari. Konnichiwa. Schöner Kampf. Sieg. Für diese Kämpfe. Das war spaßig. Glücklicherweise kriegen wir dadurch nicht so wenig Punkte. Ist alles gut. So, die Eile, jetzt noch mal, wie wir zerstört wurden. Oh, Alter. Da, hüah, bumm, Alter. Alter, das Ding. Junge, was... Oh, man. Aber war ganz geil. Ich glaub, wenn man das versteht, ist es ein cooler Spiel. Das find ich halt echt... Also, das ist überraschend. Ja, das würde ich normalerweise... Wenn ich jetzt eine Sache sagen würde, in der ich gut bin, dann eine Taste zu spammen. Ja, aber... Und deswegen rabbi ich nicht, wie es so... Ja, ja, aus dem einfachen Grund, weil einerseits keine Ausdauer und auf der anderen Seite, wer den anderen am Kragen oder packt, der kriegt einen Ausdauer-Bonus. Das ist immer der, der packt. Ja, aber beim A-Spam ist trotzdem gleich eigentlich. Ja, aber du wirst trotzdem teilweise... Aber ich spiele seit vier Tagen Monster Hunter Stories 2 und dann macht man durchgehend dieses A-Gespamme. Ich bin einfach richtig warm trainiert da drin. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns wieder im Stadion. Dieses Mal 100 Meter Sprint, die Königsdisziplin. Ja, wie der A-Spam. Ja. Und wie, wie konnte man nochmal diesen Sprint machen? Mit, ähm... Mit den Richtungstasten, die werden dir angezeigt. Ah. Oh, da habe ich mein Sport-Outfit an. Oh, ui. Ja, nice. Super-Zombie. Und der arbeitet wieder. Ja. Der ist wieder als Kellner unterwegs. Ich war gerade eben noch arbeiten, aber jetzt muss ich halt hier kurz die Olympia gewinnen. Kurz die Plebs wegballern. Ja. Hallo. Ich bin gerade aus der Magierschule. Ich bin, also ich bin vollkommen... Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Bin schon im Ziel. Fertig? Nee. Nee, und er macht es wieder nicht. Also ich war bei mir erster los. Ich bin gespannt, wann ich das... Ja, ja, bei mir war ich erster los. Also M. Also bei mir war ich erster. Ja, es ist froh, dass man nicht sieht, wie schnell die anderen sind. Überhaupt gar kein Ansporn, wann ich den Endspurt machen soll oder nicht. Alter, 8,9 Sekunden. Bei mir hat er wieder, obwohl ich wirklich am Anfang A gespammt habe, hat er sich wieder auf die Nase gelegt. Das ist meine Disziplin, gerade vorm Kellnern zurück. Zack. Bei mir, da war alles gut. Und dann ist er bei mir gestolpert wieder. Hast du wieder den Endspurt zu früh gemacht? Nee, 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 nee. Ich habe nur A gespammt. Ja, aber du brauchst den Endspurt. Ich mache den Endspurt, du bringst immer früh. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das war schon egal. Ich konnte den gefühlt direkt machen, den Endspurt. Du machst den auch direkt am Anfang dann, oder was? Ja, genau, ja. Das stolper ich jedes Mal. Nein, noch nie passiert. Du stolperst bestimmt nur, wenn du die Taste falsch drückst. Und es ist auch immer das D-Pad unten. Bei mir war es gerade oben. Es ist immer das D-Pad unten. Bei mir war es gerade rechts, ja. Bei mir war es doch nie was anderes. Ja, bei mir war es auch rechts. Auch rechts. So, komm Paletto. Ich werde aber nicht spammen diesmal, sonst schaffe ich die Kurve nicht. Wo sind meine Haare? Da will ich. Achso. Alter. Junge, du siehst ja richtig gruselig aus. Achso. Okay. Oh, so viel gefühlt ist bei Manu. Oh yeah. Perfektes Teil. Zombie, Zombie macht Quatsch. Der blockt mich die ganze Zeit. Oh, was? Jetzt hat mich Zonita geblockt. Perfekt. Perfekt. Es ist so ein abgekaderes Spiel. Da kann man so reichen. Da war irgendwas, da war sowas. Hast du den gesehen, Mann? Ja, ja, hab ich. Perfekt. Perfekt. Nicht perfekt. Ja, aber man muss perfekt da draufladen, irgendwie. Oh, wer ist der Rote? Wer ist der Rote? Das ist der Rote Blitz. Nein, T-Kin-Ber. Nein, T-Kin-Ber hat mich weggekickt. Ja, ich habe ihn geschlagen. Los, los, Wengel. Links, nicht rechts. Los, jetzt. Oh nein, ich bin drin. Ja, habe ich den Doppelsieg. Yes, let's go. Neuer Rekord. Oh, neuer Rekord. Let's go. Es lief nicht gut, aber dann das Comeback. Ich habe eine Frage. Merkt ihr auch, dass euer Richterarm gerade aufgepumpt ist? Ja. Durch das Drücken? Das ist, als wenn ich gerade trainiert hätte. Ja, das ist die richtige Einstellung, Wengel. So muss es sein. Der Bizeps muss brennen. Du warst sogar vor mir. Ist aber mir gar nicht so aus. Ich bin eigentlich so weit nicht verhauen. Oh, ne, ich auch. Ich habe den Sälen mehr auffauen. Alles wieder gut gemacht. Alles wieder gut gemacht. Okay, aber wir haben noch mehr Goldmedaillen. Ja, aber das zählt ja bei dem Spiel nicht. Weil sonst hätten wir die letzte Folge... Doch, doch, doch. Ich habe beim letzten Mal den Erfolg bekommen, dass wir gewonnen haben. Ja, weil beide gewonnen haben. Ja, das kann sein. Ob wir das klettern? Oh, nein. Oh, ne. Was habe ich denn beim letzten Mal so krass falsch gemacht? Ich habe irgendwie falsche Tasten gedrückt oder so. Warte mal, wie man spielt. Bestätige L... Ich kann es dich angucken. Ich auch noch nicht. LR, sobald du losstartest. Was? Ja, also eigentlich benutzt man anscheinend nur die Sticks und lässt die wieder los. Oh, dieser Druck. Ich hasse das. Komm, Modado. Wie sportlich du aussiehst, ne? Hä? Guter Start, Modado. Ja, ja, sehr gut. Denk gerade auch zu überspringen, wenn du die Möglichkeit bekommst. Guter Kombo, Modado. Nein. Guter Kombo. Guter Kombo. Uh, das war ein Stück schneller. Nein, oh, so knapp. Wie knapp, so knapp. Hast du irgendwelche Tipps? Dass du nicht... Genau, du musst sie nicht immer so aufladen. Ach so, also einfach nur zack, zack, zack. Ja, aber wenn du es zu schnell zack machst, dann rutschst du ab. Ich bin auch zwischendurch abgerutscht. Ja, ich bin auch einmal abgerutscht. Ah, der Anfang war gut. Da, guck, da habe ich viel Zeit verloren. Und dann war ich einmal wie eine Schlange. Und da. Zack, 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 da. Und dann bin ich... Ah. Und dann kam Modado. Aber gut gespielt. Ja. Ja, das war sehr ausgelöchend. Mängel, du musst das jetzt machen, sonst haben wir verloren. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich glaube an dich. Du machst das gut. Du machst das gut, sehr gut. Schön wie eine Schlange hoch. Wie eine Schlange hoch. Ja, weiter, weiter. Du bist in Führung. Jetzt nicht nachlassen, nicht nachlassen. Das sieht sehr gut aus, Mängel. Das sieht sehr gut aus. Schlag raus. Das habe ich getan. Halt, du bist eine absolute Maschine. Richtig gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach Riegerlage, yeah. Sauber, Mängel. Warte, was passiert jetzt? Das ist eine gute Frage. Werden die Zeiten genommen? Ob man da weggerannt ist auf einmal. Ja, ja, er war wie so ein Frosch. Wir sind einfach alles Gewinner. Ja, okay, eigentlich habt ihr gewonnen. Medaillenergebnis? Ja, die haben vier Gold. Wir haben zwei. Das letzte Mal haben wir gewonnen. Dieses Mal ihr. GG. Ja, letztes Mal habe ich ja komplett versagt. Mein Spiel ist wieder gecrasht. Naja, passt doch. So, Leute, das war es. Kleinrunde der Olympischen Freedom Squad Spiele. Wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen, lasst auf jeden Fall ein Like. Da schaut unbedingt bei Zomel Mordano und German Let's Play vorbei. Alle drei ganz oben verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.